Hallo und herzlich willkommen hier bei Klönschnack TV und wir sind im dritten und letzten Video von der Funny Frisch Chips Frisch Wahl 2019 und mit der letzten Sorte nämlich die, die ich am interessantesten fand und mit der ich quasi auch gewonnen habe, denn man musste bei Facebook, Instagram, sonstiges kommentieren, welche Sorte man am interessantesten findet und da habe ich Flammkuchen gewählt, weil ich liebe Flammkuchen, ich finde die voll lecker und also wenn die das jetzt geil gemacht haben, deswegen habe ich die Sorte, ich meine, gut, die war auch als rechts in der Packung, wobei ich übrigens sagen muss, dass ich diese Packung echt cool finde, denn ich zeige es dir nochmal. Hier sind die auch wirklich unterteilt und so, ich habe es leider ein bisschen kaputt, oh Gott, das will nicht meine Adresse zeigen, ich habe das ein bisschen kaputt gerissen, aber hier oben sieht man halt auch die beiden, hier Schweinsteiger und Podolski, sind die das? Ich glaube schon, die promoten das ja auch so ein bisschen und ich finde das ziemlich cool gemacht, dass die diesen Karton halt schon so präpariert haben und so und jetzt kommt Flammkuchen-Style. Oh, das riecht speckig, jetzt habe ich Angst, ich habe es ja schon in einigen Videos erwähnt, könnt ihr gerne mal nachschauen, wenn es um so Speck geht, dann kann das ganz schnell einfach nur nach Fett schmecken, jetzt bin ich sehr gespannt. Und jetzt habe ich ganz vergessen, die Zutatenliste nämlich vorzulesen. Kartoffelchips mit Flammkuchen-Geschmack, Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Speisesalz, natürliches Aroma, Trockenmilcherzeugnis aus Sauerrahmen, Zwiebelpulver, Hefeextrakt, Zucker, Raucharoma, ah, hier kommt Zucker ziemlich weit am Ende, also was heißt am Ende, aber es kommt später, Raucharoma, Süßmolkenpulver, Gewürze, geräucherte Dextrose, Knoblauchpulver, Schinkenspeckpulver, wow, was es alles gibt. Säuerungsmittel, Zitronensäure, Essigsäure, Farbstoff, Paprikaextrakt und das hat tatsächlich eine Kalorie mehr als die anderen beiden Sorten, nämlich 533 pro 100 Gramm. Ich zeige das hier nochmal und hier kann man sehen, dass die Flammkuchenliste am längsten ist, was die Zutaten angeht. Okay, und jetzt nochmal zurück zum Test. Ich habe beim Beefburger gesagt, dass das ziemlich käsig ist und das hier sind tatsächlich Chips, die mich wirklich an diese Käsechips erinnern. Das Käsige bei dem Beefburger war noch was ganz eigenes. Dafür, dass es mein vorheriger Favorit war, bin ich nicht enttäuscht, aber die ballern mich jetzt nicht weg. Die sind super lecker, gar keine Frage. Ja, aber ist das Flammkuchen? Was ich bei Flammkuchen so geil finde, ist dieses Zusammenspiel aus diesem Creme Fraiche und dem Schinken mit ein bisschen Käse. Aber ganz wichtig sind eben die Zwiebeln, der Speck und diese Creme Fraiche Zeugs. Ja, und das erkenne ich hier halt nicht so krass. Lustigerweise haben die ganz viel gemacht mit Raucharoma. Die wollten dieses Speckding, Raucharoma, geräucherte Lextrose, Schinkenspeckpulver und so weiter. Das ist sehr in diese schinkige, schinkige, rauchige Ebene reingewürzt. Aber gar nicht mal so käselastig eigentlich. Sauerrahm, ja. Ja, aber irgendwie hat es für mich was super Kiesiges, wie diese Emmentaler Pringles. Ja, nicht wie die Cheese and Onion Chips von Körnchips, sondern eher wie die Emmentaler Pringles. Das geht voll in die Richtung. Und das ist mir zu nah dran. An diesen Emmentaler Teilen. Schade. Echt schade. Also Flammkuchen wird es nicht. Leider. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, dass es das Beste wird. Also nicht falsch verstehen. Flammkuchen ist cool. Ist lecker. Aber es ist nichts was, wo ich sagen würde, geil, das braucht der Markt jetzt. Ne? Sind geil, keine Frage. Aber mir zu nah an etwas dran, was ich schon kenne. So. Und weil das jetzt das letzte Video ist, werde ich jetzt hier im Finale nochmal Salsa und Lime und Beef Burger direkt miteinander vergleichen. Direkt hintereinander weg. Wir haben hier einmal Salsa und Lime. Das ist schon interessant. Und Beef Burger. Tatsächlich. Also jetzt, ich mache noch einen letzten Geschmackstest. Einmal Salsa und Lime. Irgendwie habe ich gerade so das Gefühl, dass da so eine leichte Suppengrün-Note drin ist. So Sellerie oder so. Wo kommt das denn auf einmal her? Und jetzt nochmal Beef Burger. Ne. Alles klar. Leute. Ich habe meinen persönlichen Sieger gefunden. Von den drei Sorten gewinnt für mich Beef Burger. Beef Burger Style werde ich jetzt gleich im Anschluss... 31.8. ist übrigens Teilnahmeschluss der Stimmabgabe. Ich zeige es jetzt hier nochmal. Hier sieht man nochmal so, wie sollen die Sorten am Ende aussehen. Und ja, ich werde für Beef Burger Style voten. Was steht denn da drauf? Inspired by Die Fette Kuh. Also es ist von Die Fette Kuh. Die anderen kann ich gerade nicht lesen. Da haben wir noch 16 Bites. Ist Salsa and Lime. Und was ist denn das? Flammkuchen. Flammenküchle, glaube ich, heißt der Einsender. Aber Die Fette Kuh. Inspired by Die Fette Kuh. Beef Burger Style werde ich jetzt voten. Und damit war es das für heute. Beziehungsweise für die Chips-Testerwahl. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei FunnyFresh dafür, dass ich diese Videos machen kann. Dafür, dass ich es testen durfte. Ich freue mich riesig und ich bin mega gespannt, was es am Ende wird. Und was dann in den Handel kommt tatsächlich. Und ja, wenn euch das alles gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Und schreibt gerne Kommentare. Teilt den ganzen Kram. Ich würde mich riesig darüber freuen, wenn ihr mir helft, noch größer zu werden. Und darauf nochmal also einen Beef Burger. Geil. So, Leute. Macht es gut. Bis dahin. Ahoi.